Ja, meisterlich war das jetzt nicht. Meisterlich! Sorry, war ich kurz getriggert. Wärschte. Robuste Stiefel. 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 Bis zum nächsten Mal. und geht's ab wir kommen zu spät das ritual hat bereits begonnen ich werde mich selbst ist ja wahnsinnig der meinte ich davor er meinte nicht den barbaren ja 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 Halt mich! Verdammt, Elias. Ich habe euch vor diesem Weg gewarnt. Lora! Halt! Lora! Bitte, komm mit mir! Wieso Ken? Genau, this looks like a top for me. Hört uns wie die Wildschweine bei Helda Ringer. Du hast Helda Ringer unter das 6 ist, nicht über 23. Ne, es war 7 schwer. Ich bin schon ein Jahr, oder ne. Ja, das ist mir sicher, dass es ripp gewesen ist. Hau mal was zwischen... Halt! Hätte gesagt. Na, da kommen dann Jungs. hör doch mal auf immer auf mich zu gehen meine frisse da geht auf alle ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit da noch scharf kriegt der ja im Moment ja ich glaube den Postfight muss ich solo öfter auf einmal machen ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ja ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit und der ist back der ist gut der hinterher Beinschutz hinten dringend Handschuhe Handschuhe Oh was was ist geschehen es fühlt sich an als ob Feuer über meine Haut krieg ihr wurde tätowiert ein ritual ich höre etwas eine stimme in meinem kopf zwischen euch und ihr wurde eine verbindung hergestellt wer seid ihr wer seid ihr ich bin lorat einer der horadrim horadrim wie wie elias wenn er das gesagt hat hat er gelogen ich war gekommen um ihn zu töten ich dachte ich hätte es auch geschafft doch als ich weg sah war er verschwunden wenn er überlebt hat muss er in seine zuflucht geflohen sein zuflucht er hat einen palast irgendwo in der wüste im östlichen kejistan aber mehr weiß ich nicht ja sehr gut das ist ja doch nicht tot eine gute wir sollten nach tazag gehen wenn man kurz in den weg ist wenn man sie wirklich gekriegt ist ganz gut vielleicht hat jemand von diesem palast ich begleite euch ich weiß nicht ob ich in diesem zustand eine große hilfe bin aber ich verdanke euch mein leben ihr seid uns nicht schuldig aber ihr könnt uns gerne begleiten auch ihr verdient vergeltung ich würde gerne wieder reinkommen hast du du bist herausgeflogen scheiße bei mir bist du noch hingegen das halbwehr kann das der queststatus ist jetzt ein paar gegenswerten kurz warten gucken ihr braucht stahlarbeiten da lässt sich noch einiges gebrauchen wir benutzen den kampagnenstatus von pharon ohne pharon bin nur eine erscheinung habt ihr jetzt auch trefflich mit lord und thaisa ja bevor wir irgendwas machen brauche ich eine großstadt wieso eine großstadt mal jetzt sagen sie mal über durchblick jetzt erstmal kurzen überblick verschaffen wir könnten auch sagen wir machen schluss leute wenn die server vielleicht wieder abkacken dass du noch öfter rauslegst wurde frage ich glaube dass es bei farb intern war wir sind ja drin geblieben ja stimmt wir alle geflogen nur wenn wir das mit einem stream ende tag vereinbaren hat habe ich auch genug zeit sich alles anzuschauen und keinen druck ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit und nehme das portal bin schneller als wenn ich jetzt hier her lauf gerade beim weg punkt oder farbino soll die zeit werden dich fordern geht auch ja wie ihr wollt muss tobi entscheiden jetzt mal weiter so ich stehe ein bisschen rum und ich reite 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 und ich reite reite durch die pampa sanktuario oase der erinnerung da reite ich jetzt hin und das dauert ziemlich lange denn der weg ist fucking noch mal viel zu weit okay ich bin da der nächste versuch wird besser vielleicht könnt ihr es verkaufen nur schrott durch den zufalls generator oder deportiert ihr euch aber farb soll das mal machen was er will am besten warte nicht so lange ok nicht kurz auf k ok 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 ich bin noch nicht bereit ja 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 ich brauche mehr zeit ja 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 Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Das hier nenne ich mal Wüste. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich bin noch bereit. Ich bin noch nicht 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 bereit. Hier geht's über die Sanddünne am Laufen, ey. Ich hasse Wüste in Spielen. Das ist die zweite übrigens, Fabi, wo ich dir geschrieben hab. Die erste war die Trockensteppe, weil die ist schon sehr wüstig und das ist jetzt die richtige Wüste. Hast du mein GIF gesehen? Ja, oder? Ja. So, sitz ich grad vor dem Bildschirm. Ihr könnt euch zu mir teleportieren. Die laufen schon. Okay. Ich glaube, wir laufen falsch. Wir haben den direkten Weg da auch von dem. Ist noch rechts rum. Wir sollten noch Vogel-Maps hören. Was ist das denn? Ein Clicker oder was? Was? Wir glauben das auf jeden Fall. Ich bin noch nicht bereit. Ein verseuchtes Heer war das. Ein ganzes Heer. Als wir eintraten, verfiel an Dariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Sind alle bereit? Ich bin es. Taissa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Jeder Teil von mir will durch diesen Sturm gehen und Elias bluten lassen. Aber vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Nein. Ich bin euch genügend zur Last gefallen. Eines Tages werde ich euch helfen können. Schreckliche Dinge. Wahnsinnige Dinge. Sie weiß von Liliths Rückkehr und was Elias plant. Aber an Dariel ist es egal, wer gewinnt. Es muss nur jemand verlieren und unvorstellbare Qualen erleiden. Ja, Qualen scheint sie sie mögen. Seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränkelei gedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen. Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterstupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Ich bin nicht nur Knochen und Legenden übrig. Ich genieße nur den Moment. Diese Reise werden wir nicht so schnell vergessen. Was denn? Ich kann es kaum erwarten. Hm. Der Rude Sandstone. Wir sind out of map. Die Winde werden wütend, folgt mir! Ja moin. Was war das denn jetzt? Du musst jetzt hier aufpassen, dass deine Zorn nicht in den Windhosen laufen. Fadon wurde getötet von Fadon. Hab ich auch gerade gesehen. Na ja. Kann das sein? Es ist wahr, die Götter segnen unsere Reisefreunde. Trinkt mit mir, Deckard. Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer. Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab. Alder Säufer hier. Der scheint nachzulassen. Vorwärts! Stille Truhe, wo der nur Schmarrn drin ist wie immer. Ja. Hast du etwas anderes erwartet? Nee. Außer ja doch. Das sind 5 Legals rauszwoppen. Ja, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Wenn man viel erwartet, kann man nur enttäuscht werden. Das heißt. Ja. Der Sturm wird wieder schlimmer. Schnell! Hier ein Tag! Das sieht aber auch gar nichts aus. Ah, ich bin vergiftet. Nein! Nein! Zurück! Wir müssen zurück! Was ist los? Meine Pfeife! Ich habe meine Pfeife in der Kapitel. Nein, Sir. Wir müssen zurück! Und sie holen! Alter, Mike. Wenn ihr jetzt umkehrt, bin ich der Erste, der eine Klinge in euren Rücken trägt. Pfah! Na schön! Aber ich werde diesen Verrat nicht vergessen, Deckard! Das wisst ihr! Nein, Gott, ey! Ja! Wächst der euch schon ans Herz? Klar! Haha! Haha! Ah! Gut aus Tobi, die guten halt! Gott! Ah! Ich würde jetzt sagen, ich habe auch nur die von Level 30, aber ich glaube, das hilft die auch nicht. Nee, weil ich nur die von Level 20 habe. Ich habe die aktuellen. Ich habe vergessen sie aufzuwerten. Oh Gott. Alter. Ich hoffe, das ist ein scheiß Wüstentrick raus. Hast du etwa keinen Spaß? Nein. Ich bin müde, dann kommen ja noch so scheiß Tornados, die einen töten und dann noch Wüstengebiet. Alles zu viel. Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, aber es war nie dasselbe. Ohne Ziel zu müssen. Vorsicht, ich bin schon auf die Nebenaufgaben, Fabian, irgendwie. Nein. Nein. Ich glaube, da reicht Barifatief seit der AU ein. Es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Ein Fuß dort im anderen, alter Freund. Wenn wir stehen bleiben, sterben wir. Haltet Schritt. Du bleibst hier nur stehen, wir würden ja weiterlaufen. Du die Bärd. Ohne Isabella würden wir das nicht schaffen, da muss man zum Bandwasser sein. Also bin ich wirklich, ich habe so oft meine Heiltränke da schon aufgefüllt. Das war's, hm? Das war nicht halb so gefährlich, wie die anderen behauptet haben. Nice. Seht euch das an. Kaum zu glauben, dass ein derart faszinierender Ort jenseits des Sturms lag. Vielleicht ein Relikt aus den Tagen des alten Kejistan. Verschollen, bis Elias es an sich nahm. Dann muss es wohl einige Schätze bergen, wie? Meshiv, bewegt euch nicht. Sprecht mit niemandem. Hier lauern große Gefahren. Ihr werdet in euren alten Tagen ängstlich, mein Freund. Aber keine Sorge. Ich bleibe hier. Immer diese Deckard Cain. Aufwertung freigeschaltet mit Lehrer Heiltrank. Deine Mutter! Der Kerl da in den Lumpen überlebt, immer als was uns bevorsteht. Der aus Chaldeum wurde weggeschleift, weil er die Mutter hinterfragt hat. Er musste zu den Wölfen. Der Narr hat bekommen, was er verdient. Oh, ich schau länger hier. Mhm. Ihr da, achtet! Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Ihr könnt nicht passieren. Wir haben den neuen Sturm geschafft. Durch die Gnade der Mutter. Ah, neue Jünger. Ihr kommt zu einer günstigen Zeit. Lilith hat uns kürzlich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie war hier? Oh, es war überwältigend. Aber keine Sorge. Vielleicht lässt euch Meister Elias durch das verborgene Auge einen Blick auf sie erhaschen. Wenn ihr euch als würdig erlasst, geht hinein und stellt euch ihm vor. Abi freute sich schon auf selbstgemachte Spaghetti-Bolognese und kaufe sie schon Tomaten. Er stellt dir gerade seinen Pürierstab an, aber dann stellte er fest, hier dürft nichts passieren. Wie kann dir sowas um die Uhrzeit nach so einer langen Spielsession noch einfallen? Lang? Geht nicht mal sechs Stunden. Ich glaube eher, das wird durch diese Spielsession hervorgerufen, wenn du dich an gestern Abend erinnerst. Lustig. Du musst dir vorstellen, Barbie steht zusammen mit seinem Pürierstab und auch immer der Pürierstab so, und ihr könnt nicht passieren. Da hab ich halt schon fettig passierte Tomaten, dann brauch ich das nicht mehr machen. 7. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020